Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 3-Zimmer-Hochpartei-Wohnung befindet sich in Hamburg-Schnielsen. Das im Jahr 1972 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 76 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Hochpartei-Wohnung auf 179.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020